Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Charlotte Motor Speedway Ich weiß, wie sie das Geld befördern Der Einzige, der echt weiß, wie man Tresore in die Luft sprengt, ist Joe Bang Das ist eine Strafvollzugsanstalt Wir haben einen Plan, wie wir dich rausholen Das Ding hier ist das wichtigste Rennen des Jahres Wir brauchen Computer, Jenny Ich weiß ja ziemlich alles über Computer, okay? Die ganzen Twitters und so, kenne ich alle Willkommen beim wichtigsten Rennen des Jahres Von hier bis zum Tresor, wie weit? 20 Meter, keine Ahnung, vielleicht 30 Was denn jetzt? 20 oder 30? Wir haben es hier mit Wissenschaft zu tun Die wissen nur so viel, wie wir wollen, dass sie wissen Meine Verbrecherlaufbahn ist vorbei Das ist absolut hirnverbrannt Alles im Griff Jetzt bin ich mal gespannt Das muss wehgetan haben Ich will alles über Jimmy Logan Ich mach mich hier gradnackig Also nicht gucken Ich hab gesagt, nicht gucken Ihr Logans seid echt so eine Spackos, wie die Leute behaupten Behaupten das, die Leute? Beziehen wir mal bitte meine Arm Ist es der hier? Ja